Das sind so Sternschrittschuhe, ne? Hauptsache quietscht. Also die Jacke ist erstmal mega bequem. Also dafür, dass ich sie jetzt gerade von der Stange ruhe, wird sie schon so weich, als wäre sie schon immer auf meiner Haut gewesen. Die sind wirklich ganz toll. Taschen hat sie auch genug. Das ist für mich etwas total wichtig an allen Seiten, damit man auch mal schön seinen Schlüssel sucht und sein Hemd. Guck mal, so fängt das an. Ich darf hier erstmal unter die Treppe setzen. Guck mal mit Ra 3 Guck mal mit Ra Danke.